mein Fettkommandloch Sprengt heute die Brücke da, da, da wollte ich haben die Terakula, Terakula, der geschützt sich oh oh, nicht so weit, nein, solche Scheiße Brüder Und ich sicher schon mal hier oben das Plateau, da pinke ich mal rauf. Das ist nur für den Rückzugort. Die Rekruten des Ormens stehen bereit. Wir sind für den Ormens. Habe ich nur ne Granate? Mach ich grad erst mal die Gegner da oben. Ja, hau dir weg. Also wer Punkte kriegt, okay. Dann sind schneller stecken unsere Leute. Sag ja nur vor und Kopf an Kopf, he? Ja, das ging nicht. Wir hatten vorher ein paar Probleme. Ja, wir hatten vorher ein paar Probleme. Irgendwie konnten wir nicht verbinden. Das hat sich ja alles gemacht. Oh Gott, das verbies die Attacke. Ah, wir werden rübergehen. Aber ich hab schon mal unseren Rückzugspunkt gesichert hier. Wo wir ganz zum Schluss hin müssen. Das ist halt gut, wenn wir die Mission schon kennen. Wie ist das? Das ist echt gut. Ich hab's nicht zufrieden. Das ist schon mal für die Strecke. Ah, na klar. Da wird dein Oberkommodier wieder. Aufklärer. Ja, das ist Problem gerade, das macht ja. Das macht ja was gut. Ja. Ich hab's nicht zufrieden. Ich hab's nicht zufrieden. Ich hab's nicht zufrieden. ich glaube, ich habe den Cent, sonst lache ich euch der ganze Video voll. Guckst du, die Scheiße wieder? Ja, hau mal rein, ne? Jo, okay. Wo kommt jetzt Artillerie runter? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ach, wir auch nicht. Ich weiß nicht wo, das ist ja Problem gerade. Ja, oh, ein, ja, ein, ja. Ja, das ist meine MG-typisch. Ja, Kommanderleute ist jetzt mal alleine. Seidwachsumstellung. Ach, da hinten. Ne, der Kommanderhälter weiß ich nicht. Ja, also ich mag ihn, Kommander lieber als die ganzen anderen. Ja, ich habe sonst noch kurz Kommander gespielt, also mir ist aber wurscht. Nur, dass es das Problem ist, wenn du jeweils immer eine fern und einen Knarkampf ein in das Weißen hast du ein bisschen Probleme. Ah. Feuerbrüder. Ja, ich weiß nicht. Das ist der Kommander, der hat sich mit dir jetzt schon den Trupps aufnehmen, obwohl der, auch wenn er schlecht fällt. Ja, ja. Nachher können wir noch mehr aufnehmen. Alter, richtig schnell weiter. Vor allem, wenn der Terminator und Rüstung hat, dann ist das richtig gut. Oh, der macht jetzt Spaß. Hab ich hier mit ihm? Ja. Unterwegs zum Verständnis. Taktisches Vorrednis. Ich, äh, schicke mir die... Wie auch Abitus mit seinen Schweren. Ja. Auf zu dieser Stadt. Ja, guck mal na. Mach das schon der Aller. Ja, und ich geh hier schon mal mit nach dem. Das müssen wir hier machen, nach der Ding zerstehen. Ja. Ja. Auf zu dieser Position. Ja, und sagen, ja, man, dann geht's. Wie gefällt mir jetzt. Pass auf. Das ist der Beul. Respekt kaputt. Ach Gott. Irgendwie ist Cyrus cool, aber... Scheiße, ich hab' ich gekackt. Jetzt hab' ich grad schwein. Oh mein Gott. Das war grade... Das war grade kack. Ja, ich hab' auch grad schaffte gehört. Ah, voll schaff. Oh, voll schaff. Er hat einen Mann verloren. Der Druck. Der Druck. Der Druck. Jetzt... Kann ich anfangen mit meinem vernünftigen Druck. Der voll aushält hier. Hier hofft sich das nicht mehr. Der Druck. Das sollte er was aufhören. Ich finde, äh, warte doch. Wenn du die schaffst, sich da hinzustellen, dann hast du dir noch zu sprechen. Ja, dann hab' ich noch ein bisschen geschützt. So. Perfekt. Ich stemmel' die erstmal, dass jeder da... Aufklärer. Tötet sie. Schnell. Aufzunehmen. So, jetzt können die nichts mehr machen. Weil ich stimmele nicht. Oh, die hier sind... ...die so weit ist halt stehe Rappen. ...und nicht so weit weg. 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 ...und wir räumen erstmal hier die Pumpe. Oh, 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 oh. Was ist das? Da bin ich nachgegangen. Schweißgranate. Oh, die jetzt da runter kommen, die müssen ich jetzt wieder. Die haben keinen Platz. Das ist halt cool, der Arbit ist. Die Schicken ist halt so gut zu. Oh, da ist ne Aufklärer. Das ist ne Au... Ah, fuck. Da ist er. Ohja. Da da. Na los, machen hochenergetischen... Oh, der geht vorbei. Der geht vorbei, ich bin da. Ich hab da einen hochenergetischen Schuss draufgebeid. Da hat er dauernd gesessen. Ja. Wenn er trifft, ist er eigentlich los. Der Aufklärer. Verstör mal hier oben. Die chronische Aufklärungsscheiß irgendwie. Irgendwie. Alter, Deutschland! Ich glaub, wir haben fast Druck drauf. Alter zum nächsten Ziel, Brüder. Allemals! Kann's irgendwie nicht verstören. Du musst einfach noch rausschießen. Dann kommt der Feind. Der Feind hat einen unserer Brüder geschossen. Ah, ja. Wir schmeißen's. Ach. Du kannst auch nicht kommen und hier drücken. Das ist recht, abrücken. Wie gut aussieht. Ja, das ist leicht. Perfekt. Thunderhawk unterwegs. Dann sollten wir zu unserem Extraktionspunkt vorrücken und alle Verräter vernichten, die wir finden. Passt, ich bin da schon da. Guck mal, wie lang kommt es? Hab's dann am Ende sind. Wie lade ich dann so hoch? Passen? Ich bin schon hier, das habe ich schon gesichert, den Punkt. Dann müssen wir jetzt bloß noch hin. Ja, das ist... Das habe ich Vorteile. Wir sind hier ungeschützt, es könnte Hinterhalte geben. Nur die MG... Na, jeder geht im Bunker hier rein. Ich nehme den hier um. Ja, ja, die schwachen Beute habe ich aber gerade Sprinten eingestellt, dass die ein bisschen schneller kommen, ja. Ich nehme den Bunker hier um, du kannst ihn hier an und runter gehen. Welchen? Du kannst ihn... Was ist auf der anderen Seite? Den hier. Da unten ist du im Bunker an der Seite, da kannst du deine Leute reinstellen und das ist noch ein besserer Schutz. Die Commander lasse ich draußen, den lasse ich immer draußen. Der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb. Bring deinen Bunker, da sind sie die Schützer, da kommen deine ganze Masse an. Dein Navi-Tuss. Ja, ja, ich weiß. Aber der Commander will immer draußen, weil der hat die E. Schafft das selbe mal. Achso, ach nee, wir müssen erstmal hier hin, zu dem Punkt. Alle? Ja, ja, sind alle drüben. Ich dachte, da reicht einer. Boah, wie beknügt. Wir krabbeln alle in die Bunker. Ich seh grad, dass das alles steht. Wir müssen in Kürze mit einem Megeneron befrechnen. Richtig, aber diese Stellung kann verteidigt werden. Ich bin schon dran. Wir halten hier. Das wäre natürlich praktisch. Von der Oktober und Alfreimann-Flug, Stellung retten. Seid wachsam. Ah, ha. Rengladungen werden angebracht. Oh, das sind Fernsehen. Achso. Das sind die Fernsehung hier. Ich werde dich hier mehr über verteilen. Bereits zum Ding. Ups. Falscher Knopf. Äh, ich soll sie liegen, aber nicht zenten. Das war ein Falscher Knopf. Die Verräter nehmen uns unter Beschuss, um uns zu zermürben. Ach du Kacke, ich bin ja bereit, machen wir einen Angriff. Die Person wird vom Örwörter stört. Die Person wird vom Örwörter stört. Schönen Bummen gemacht.